man sieht mich nicht? sieht man mich? ok. Jacob, meine Freunde, was geht ab? Heute gehen wir wieder in eine weitere Runde Schätzfragen mit dem lieben Wayne wieder am Start. What's perfect? Und zwar, wir haben neue Fragen, wer mehr Fragen von uns beiden beantwortet hat gewonnen und der Verlierer muss einmal in diese wunderschöne Zwiebel hier weißen. Aber dick, dick fettig ist. Ja ok. Ja ok, abfassen. Warte, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Warte, warte, warte. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Ich bin bereit. Guck mal nicht. Ja ok, auf uns. Wie viel darf ein Boxer der Fliegengewichtsklasse maximal wiegen? Das ist eine stabile Frage. 61. 35. 51. Jebaa. Verloren, ne? Jebaa. 1,0. Er sagt 35. Zwiebel Schinko nochmal die Schuhe. Ach so, wie viele Dings machen wir? Wollen wir nicht bei jedem Fail reinbeißen? Was Bruder? Was soll ich sagen Bruder? Nein. Oh, nicht zu viel. Verlierer beißt einmal für drei. Also der, der... Wie viele Fragen gibt's? 9. Wer fünf Fragen richtig hart hat gewonnen? In welchem Jahr kam die CD auf den Markt? Danke. Ach so. 1,2,3. 1980. 1970. 1982. 1982. Jaaa. Ich bin gut. Heute ist meine Runde. Weine Runde. Ihr seid nix und einer weg ist. Ich schwör, das sind nix. Schummeln. Schummeln. Wie viele Stellen hat der Strichcode der europäischen Artikelnummer? Ich bin bereit. Keine Ahnung. Ich schwör. Ich bin fertig. Wie? Weißt du? Ja, mach. Wie du weißt. Ja, mach. 36. 31. 13. Ja, egal. Du darfst verdrehen. 2,1, ne? Für mich. 2,1. Puff. Wie viele Federn hat ein ausgewachsener Schwarm? Federn? Schwarm? Schwarm? 5. 5.000. 200. 25.000. Diggaaa. Oh yeah. 3,1. Heute schristen. Vielleicht. Was für 25.000 Federn? Wie man? Ja, nächster Kopf. Wie hoch ist der Fernsehturm in Berlin? Achso. Ja, ich glaube. 900. 40. 30. 365 Meter. Aber ich glaube du hast gewonnen. Du hast ja 900. Du hast 40. Du hast gewonnen. Ja, das ist doch weh. 3,2, ne? 3,2. Ja, 3,2. I'm ready. Wie oft pro Jahr zwinkert ein durchschnittlicher Mensch? Juch. 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 Mehr als 84 Millionen Mal. Ah, Digga. Du hast gewonnen. Ich hab's eh gewonnen. Juch. 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 Wie steht's? 3,3? 3,3. 3,3. 3,3. Ja, 3,3. 3,3. Juch. Uff. Nein. Noch drei Stück. Ja, nein. Das sind die letzten entscheidenden drei Fragen, Digga. Okay. Wie viele Räume hat der Buckingham Palace? Ich weiß nicht mal, was das ist, Mann. Weißt du? Da waren wir zu Besuch. Also in London war's. Ja. Da war die Queen, ne? Ja, da liegt die Queen irgendwo drin. Ja, okay. Wisst du? Okay, ja. In der Woche. 400. 102. 602. 1,2. Let's goooool. Ja. Was ist das für Palace noch? Ja, dickstes Haus. Höhle alle. Höhle alle. Höhle alle. Du musst Schutzgeld sein, ne? Let's Frank kann sein, ne? Du musst ihn zweimal gewinnen, damit du gewinnst. Ein ausgewachsener Mensch besitzt 206 Knochen, aber mit wie vielen werden wir geboren? 206? Ne 300. Ich hab drei. 301. Wusstest du? Ja, die Knochen wachsen erst zusammen. Wusstest du einfach fast exakt? Du hast mehr Knochen, wenn du geboren bist, weil die Knochen erst zusammen wachsen. Okay, jetzt die eine, jetzt die eine. Die entscheidende Frage. Oh mein Gott. Mehr hab ich nicht. Oh mein Gott. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das ist ja krass. Niemals hätte ich mir gedacht, dass man mehr Knochen hat. Doch, doch. Ich sag drei. Er hat einfach drei Knochen. Drei Knochen. Ne, ne. Körperknochen. So, weiter geht. Okay. Wie viele Buchstaben hat das Hayawana... 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 Ich bin fertig. Du weißt es nicht? Ich schwere, ich weiß nicht. Okay. Um drei. Eins, zwei, drei. Sechzehn. Eine fünfzig. Zwölf. Let's go! Let's go! Let's go! Ja, was für zwölf. Wir reden die nachholen. Weißen. Oh nein. Wollen sie jetzt in Zwiebel beißen? Einen fetten. Einen fetten Biss in die Zwiebel jetzt. Oh, scheiße. Super. Einen richtig saftigen Biss. Das soll so richtig knacken. Was? Einen fetten. Einen fetten. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Digga. Schmeckt? Ja. Wollen Sie es? Einen fetten Biss in die Zwiebeln. Wie fühlt sich das an? Mhm. Gut, ne? Saftig. Ich fühle mich gerade endlich mal wieder gewonnen. Ein bisschen Salz und dann wäre noch lecker. Ehrlich? Ja. Aber ein bisschen Spaß. Muss ich da ein bisschen drauf sein? Dreh ein bisschen die Augen wegen Züge. Ja, schmeckt es. Oh, Digga. Ja, Mann. Ich würde sagen, das war's mit diesem Format. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lass ein Like da. Ich bin glücklich geworden. Lass ein Like da. Lass ein Abo da. Ja, und bis zum nächsten Mal. Peace. Ich bin glücklich geworden. Bis zum nächsten Mal.